Ich bin sieben Jahre alt. Ich bin acht Jahre alt. Und ich bin elf Jahre alt. Das sind sie also, die jüngsten Mitglieder des BTTC Grün-Weiß. Endlich nahen der Winter- und die Vorweihnachtszeit. Der BTTC Grün-Weiß öffnet deshalb seine Tore und veranstaltet eine Kinderweihnachtsfeier. Die Kinderweihnachtsfeier im BTTC ist eine sehr gute Tradition, die seit mindestens zehn Jahren besteht. Den Kindern wollen wir außerhalb des Sports einmal die Möglichkeit bieten, hier soziale Kontakte zu knüpfen, kleine Weihnachtsgeschenke für die lieben Verwandten zu basteln und dabei noch Kicker und Tischtennis zu spielen. Der BTTC Grün-Weiß ist nicht nur für seinen sportlichen Spaß bekannt, sondern auch für ein familiäres Miteinander. Ich mag den Verein sehr. Der ist nicht zu groß, sehr unpotentiös. Es geht wirklich um Sport. Es gibt ein ganz tolles Trainerteam. Die sind alle sehr, sehr nett und sehr professionell. Jetzt sind wir gerade auf der Weihnachtsfeier. Es gibt einen Kinoabend. Also die Kinder fühlen sich hier sehr wohl. Und es macht uns allen viel Spaß. Die Kinderweihnachtsfeier des BTTC Grün-Weiß ist ein voller Erfolg und das finden nicht nur die Eltern. Also mir hat heute die Schokolade machen sehr gut gefallen. Mir hat das basteln viel Spaß gemacht, wenn man da ganz viele Sachen machen konnte. Die Kinderweihnachtsfeier des BTTC Grün-Weiß ist für alle auf jeden Fall ein voller Erfolg gewesen. Ein gelungener Tag. Und Hauptstadt Sport TV wünscht noch weiter eine schöne Vorweihnachtszeit. Vielen Dank.